Psalm 32, Versäven sagt, wie die kann ich mich verstärken, die was ich mich vertreibelt bewohren, dort ich die Luven kann, dort du mir geraten hast. Jurendry, wie du in Ola Schupp hattest, wo du in Violen hattest, über die Wirkung zu den Tön. Heute hat kein Wahrheit, wo du heute könntest er erstellen. So, hier schreit ein Dach, nur ein von der Radiostations, wo du dich beahnt hast. In heute Frühchäufer, dort sehen die Wassen Dach, die Wassen stehen, würden den Tön A über die Radiostation spielen. Die Menschen mit der Radiostation entscheiden sich, diesen Mond zu freden zu stellen. In den Krieg der Stön, in den Dach, wo du geflüchtet hast, spielen sie den Tön A. Dann können sie ein Violent-Tree erstellen und sie in den Leibendien wieder scheinen. Wenn wir uns von Gott beitrehen tun, dann sind unsere Liebe so zu sein in den Tön, ganz in Harmonie, mit anderen und mit Gott. Aber wenn wir uns drei drehen, nur den Meister, wird heute uns auch gerade drei einstellen, mit sie in den Leib. Ja, wie, Gott diesen Dach freuen, dort heute uns wieder wird nur sie in den Eindstellen, so dass wir auch keine Harmonie und Frieden durchbringen, wird Rommens sein. Gott ist sehen, und haben wir dann gesehen, in schönen Dach. millft'. Bis zum nächsten Mal.